Liebe Stimmbürgerinnen, liebe Stimmbürger, am 13. Februar befinden wir über die Volksinitiative Jahr zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung. Die Initiative will Tabakwerbung überall dort verbieten, wo Kinder und Jugendliche sie sehen können. Also zum Beispiel auf Plakaten, im Internet oder an Veranstaltungen. Tabakwerbung wäre nur noch erlaubt, wenn sie sich nur an Erwachsene richtet und Kinder und Jugendliche nicht erreichen kann, etwa in Werbemails oder in Prospekten für Erwachsene. Nach Ansicht von Bundesrat und Parlament schränkt die Initiative die Wirtschaftsfreiheit zu stark ein. Aber auch Bundesrat und Parlament möchten Jugendliche besser vor dem Rauchen schützen. Der Jugendschutz ist wichtig, weil die Mehrheit der Raucherinnen und Raucher vor 18 mit dem Rauchen beginnt. Bereits heute ist die Werbung in Radio und Fernsehen verboten. Ebenso Werbung, die sich gezielt an Jugendliche richtet. Um den Jugendschutz zu stärken, haben Bundesrat und Parlament einen indirekten Gegenvorschlag beschlossen. Im Unterschied zur Initiative erlaubt der Gegenvorschlag weiterhin Werbung für Tabakprodukte an Kiosken, in Zeitungen und im Internet sowie das Sponsoring von nationalen Veranstaltungen. Schweizweit verboten wäre Tabakwerbung aber auf Plakaten, in Kinos, auf Sportplätzen, an öffentlichen Gebäuden sowie in Zug, Tram und Bus. Die gleichen Regeln gelten auch für E-Zigaretten. Die Kantone dürften weiterhin strengere Regeln erlassen. Erstmals würde zudem ein schweizweites Verkaufsverbot an unter 18-Jährige gelten. Meine Damen und Herren, Bundesrat und Parlament möchten Jugendliche besser vor dem Rauchen schützen. Darum haben sie einen indirekten Gegenvorschlag beschlossen. Die Initiative empfehlen Bundesrat und Parlament zur Ablehnung.